Mein Name ist Ben Marx, ich gehöre zur Fakultät Wirtschaft und Technik und im Hauptberuf versuche ich armen Studierenden etwas über Informatik beizubringen. Und jetzt, heute wollte ich einer anderen Sache nachkommen, nämlich als Code-Jockey hier unterwegs sein. Code-Jockey, also Musik mit Code, mit Programm Code machen. Code-Jockey, also Musik mit Code-Jockey. Code-Jockey.